Ich habe diese mysteriösen Automaten hier in Japan gefunden und ich habe keine Ahnung, was hier drin sein soll. Hier vorne steht nur irgendwas drauf und dass es anscheinend ab 18 ist. Schauen wir mal, was wir bekommen. Let's go. Hier steht auf jeden Fall ganz viel sexy, sexy, sexy drauf. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Ich hätte das übersetzen sollen. Ich kann euch das echt nicht zeigen und ich hoffe wirklich nicht, dass das getragen ist.